So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon Go. Die letzte Folge Pokémon Go im Jahr 2023, denn es ist der 31.12.23, 12.03 Uhr, also mittags um 12. Hannes ist auch da. Hannes sitzt gerade da rum und chillt mit dem Weihnachtsbaum. Die führen da gerade tiefgründige Gespräche und mir fehlt noch, exakt. Also, mir fehlen ja insgesamt sowieso Pladin-Medaillen für die ganzen Levelaufstiege. Mir fehlt aber jetzt in der Kanto-Region noch genau ein einzelnes Pokémon und das ist das letzte, das ist das Mewtwo. Alles andere ist da, da wurde fleißig getauscht, gemacht und hin und her. Die 150 fehlt mir noch, das Mewtwo. Jetzt hat Hannes sowieso noch Mewtwos bei sich, auch relativ ältere Mewtwos. Und hat eines davon auch auf Level 40 gezogen und braucht das nicht mehr. Jetzt müsste theoretisch der Tausch, wenn ich mit ihm tausche, weil das aus 2018 ist, garantiert lucky werden. Wenn ich mich dann nicht irre. Und ich müsste durch den Tausch nicht nur ein richtig cooles Glücks-Mewtwo schon direkt auf Level 40 kriegen. Ich müsste auch die Platin-Medaille dann kriegen, also für die Kanto-Region, um damit abzuschließen. Deshalb hier der Mewtwo-Hintergrund, deshalb Hannes hier, das muss man ausnutzen, wenn der da ist. Der Hannes hat sich ein Frospino rausgesucht, wenn der so heißt. Ich gehe jetzt also hier drauf. Hier ist schon der Hannes, seine Einladung. Wir gehen jetzt hier auf Frospino. Frospino, genau. Ich habe ein Frospino drin, da ist, ich weiß gar nicht, was mit dem ist. Das ist, glaube ich, ein XXL, deswegen habe ich mir das markiert. Du kriegst hier das kleine, hässliche Frospino. Das kostet jetzt 40.000 Stau. Eigentlich wollte ich warten, weil aus der Level 50 Aufgabe kriegt man Mewtwo. Aber um diese Aufgabe zu kriegen, brauche ich ja erstmal die Platin-Medaillen. Mewtwo kommt sicherlich irgendwann dann auch mal wieder in die Raids. Aber Mewtwo ist halt ein Pokémon, das geht immer und dafür kann man auch mal 40.000 ausgeben. München, Bayern gegen Erfurt, Thüringen. Wir drücken drauf, wir tauschen. Der letzte Tausch im Jahr 2023, das letzte Video im Jahr 2023. Wird das lucky? Passt das wirklich? Hat das eine gute IV? Wird es ein Hunderter? Wird es krass? Er hat mir ja einen Shiny angeboten. Ich habe gesagt, Shiny möchte ich nicht, sammle ich nicht. Es sieht scheiße aus. Ich möchte das Normale. Ich wollte ja damals auch beim Mewtwo unbedingt ein 100%iges Normal haben. Habe dafür sogar 98er-Shinies stehen lassen. Nach 783 Raids oder so kam dann das Hunderter. Es war normal. Das hat mich gefreut. Wir sind bei 4.151. Es hat Konfusion, es hat Spukball. Ich kann leider keine neue Attacke hinzufügen. Ich kann gar nichts, aber es ist trotzdem auf Level 40. Wir bewerten es mal. Und es hat 15, 15, 12. Mir ist am wichtigsten der 15er Angriff. Hätte das 15, 0, 0, hätte ich es trotzdem übelst gefeiert. Es hat zwei Werte auf 15 als Pokédex-Eintrag hier dabei. Das ist cool. Wenn wir jetzt zurückgehen, müsste auch die Platin-Medaille kommen. Für die Kando-Region, genau, Glückwunsch, du hast eine Medaille verdient. Registriere 151 Pokémon in Pokédex, die zuerst in der Kando-Region entdeckt wurden. Das ist krass, das ist cool. Danke, Hannes. Wie sieht dein Fruspino aus? Äh, 15, 14, 13. 15, 14, 13 ist also ein 93er mit 15 Angriff. Ist also richtig cool. Wenn ich mir die anderen Regionen jetzt angucke. Bei Joto fehlt zum Beispiel auch nur noch genau ein Pokémon. Und zwar das Ho-Oh. Und wir wissen ja, dass demnächst Ho-Oh in die Krypto-Rates kommt. Also könnte ich damit dann die Joto-Platin-Medaille mehr holen. Bei Sino ist es schlimmer. Da fehlt nämlich zum Beispiel noch auch hier, ja, da fehlt noch einiges. Da fehlt auch noch Groudon, da fehlt noch Kyokre, da fehlt das Sehntrio ist da ja, glaube ich, mit drin. Deswegen einfach mal Kando. Kando ist das Wichtigste. Dieses Mewtwo mitgenommen. Der kleine Hannes, das finde ich cool. Dankeschön, Hannes. Dafür euch natürlich einen guten Rutsch ins Jahr 24. Kanzig, dann kommen wir zurück mit irgendwelchen anderen Sachen. Mit Tastings, mit Pokémon-Videos. Solange wie es die App noch gibt. Aber, ja, das ist nützlich. Das ist nützlich. Frage an Benjamin. Konfusion oder Psychoklinge? Spukball würde ich erstmal lassen. Ist ja eh Legacy-Move. Deswegen den lassen und ich irgendwann mal durch Raids 100 Bonbons zusammen habe. Oder falls doch Mewtwo in die Raids kommt und man Bonbons kriegt, kann man ja dann vielleicht noch eine zweite Target hinzufügen oder irgendwas. Dankeschön, Hannes. Dankeschön. Ich hoffe, das wird heute nochmal ein super Tag. Hannes und Silvester zusammen. Also, das werde ich mir nie vorstellen können. Euch guten Rutsch. Könnt ihr mal reinschreiben, dann irgendwas. Genau. Peace out for out. Euer Ramses. Ich hoffe, das wird heute nochmal ein super Tag.